Jo Leute und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe euch geht's allen gut. Ich hoffe alles ist fit bei euch. Moin, in den letzten drei Tagen ist wieder viel passiert. Es gibt eine ganze Menge zu erzählen. Also erstmal die wahrscheinlich beste Information, die ich auch gerade erst bekommen habe. Meine mündliche Englischprüfung fällt aus. Das ist sehr gut, weil mündliche Englischprüfung wäre das einzige, was mich hätte nochmal richtig, richtig wegflanken können, Alter. Alles ist gut, die fällt jetzt glücklicherweise aus. Die schriftliche Prüfung wird daher nur mit 20% bewertet. Bedeutet, selbst wenn ich eine 5 in der Prüfung schreibe, wird wahrscheinlich meine 3 auf dem Zeugnis trotzdem dableiben. Und ja, deswegen mache ich mir da jetzt absolut keine Sorgen mehr. Ich gehe zu den Prüfungen, ich werde auch nicht lernen. Also ich habe so viele Extrapunkte, die ich machen kann. Ich habe euch ja von Deutsch erzählt, da war das ja auch so easy. Ich denke mal Mathe und Englisch werden genauso. Ich habe mir eine neue Festplatte bestellt. Ja, das war wieder eine ganz belastende Nummer. Denn ich saß am Abend zu Hause, habe gesehen, ach Bruder, ich habe ja nur noch gefühlt 20 GB Speicherplatz frei und als YouTuber, der viele Dateien halt auch als Zeichner, ich habe auch so, ich zeichne so viele Dateien auf dem PC. Das ist halt wenig Speicherplatz, einfach das Schrecklichste, was sein kann eigentlich. Und ja, dann habe ich mir eine Festplatte bestellt, an dem am gleichen Abend noch eine 4 TB Festplatte. Also die hält dann wirklich für die nächsten 5 Jahre wahrscheinlich an Speicherplatz. Die ist dann angekommen, war ganz entspannt. Und ja, dann habe ich mir die Festplatte geschnappt, wollte die Festplatte einbauen, PC auseinandergebaut, alle Kabel abgemacht, aufgeschraubt, reingeguckt, geschaut, wo ist denn der Festplattenslot. Und dann habe ich es gesehen. Ich habe zwei vorinstallierte Festplatten, wollte jetzt die dritte einbauen. Digga, ich habe einfach nur zwei Festplattenslots. Einfach nur zwei Festplattenslots. Kein dritt, einfach nur zwei. Dann gucke ich an mein Mainboard. Habe durch ein Kabel übersehen, dass ich statt vier Anschlüssen nur zwei habe, habe ich gedacht. Aber ich habe zum Glück am Mainboard vier Anschlüsse für meine Festplatten. Ich könnte theoretisch ans Mainboard die Festplatte anschließen. Habe kein Slot dafür im PC, wo ich die Festplatte einbauen kann. Heißt, die Festplatte wird einfach nur irgendwie in den PC geschmissen. Und wir hoffen mal, dass es funktioniert. Neues Gehäuse hole ich mir dann, sobald ich meinen Führerschein durch habe, mein Motorrad habe und alles. Wenn ich dann die Kohle hoffentlich zusammen habe, dann hole ich mir auch direkt ein neues Gehäuse, damit die auch richtig eingebaut werden. Also, allein die Dummheit, dass man... Ich habe mir die Festplatte einfach... Ähm, okay. Ne, aber ich habe mir die Festplatte einfach bestellt, ohne überhaupt zu checken. Ist in meinem Gehäuse Platz dafür? Habe ich hier Anschlüsse dafür? Das ist einfach so... Aber was ich zu meiner Verteidigung sagen muss, eigentlich sollte ein Gehäuse mindestens drei Festplattenstorts haben. Die meisten haben sogar sechs bis acht. Jetzt habe ich mir ein neues Kabel bestellt, weil ich auch das Kabel für die Festplatte nicht habe. Und dann hoffe ich mal, dass ich die Festplatte ordentlich einbauen kann, sobald das Kabel hier ist. Und es da keine weiteren Probleme gibt, weil vor allem mit Speicher oder Speicher an sich oder Festplatten halt, ist es, denke ich, sehr schwierig, wenn man da Probleme hat. Weil Dateien, die weg sind, sind halt weg. Die kriegst du nicht so schnell aus dem Nichts wieder. Und, ähm, hoffen wir mal, dass nichts Wichtiges gelöscht wird oder nichts Unwiederherstellbares am Ende weg ist. Außerdem merke ich momentan absolut, wie meine Sozialkompetenzen, die gehen einfach in den Keller, Junge. Du kannst meine Sozialkompetenzen... Ich weiß nicht, was da abgeht vor dieser Corona-Zeit. Ich war der beste Mensch auf der Welt, Junge. Ich wusste, ich habe einen Typen gesehen und wusste, was bei dem abgeht. Heute fahre ich zur Schule, gebe meine Bilder ab und ich rede da mit den Sozialarbeitern. Und die sagen mir so, ja, Peer, du hast aber ein schönes Bild gemalt. Sieht echt gut aus. Und ich so, ja, danke. Und dann gucken wir uns an. Hier ist absolute Stille. Die wussten nicht, was die zu mir sagen sollen. Ich wusste nicht, was ich zu denen sagen soll. Wir gucken uns an. So ganz, ganz unangenehme Stille, wisst ihr, wie ich meine? Und ich sage nichts und dann sagt sie nichts. Und dann sage ich so, ja, mache ich jetzt schon seit zwei Jahren. Vielleicht liegt es daran, dass es so gut ist. Und er so, ja, viele machen das ihr Leben lang und können das nicht so gut. Und dann wusste ich wieder nicht, was ich darauf antworten soll. Was soll ich denn darauf antworten? Soll ich sagen, ja. Und dann, wie soll das Gespräch weitergehen, wisst ihr, wie ich meine? Aber wisst ihr, das war so ganz, ganz weirde Situation. Also ich hoffe, vielleicht war es auch einfach nur gerade irgendwie ein ungünstiger Moment oder so. Oder vielleicht bin ich halt sozialkompetent einfach ein Stück Scheiße. Aber um mal auf den heutigen Folgeninhalt abzulenken. Wir haben ja letzte Folge hier weiter ausgehoben. Heute werden die Details gemacht, hier einmal außenrum. Ich habe auf der Singleplayer-Welt, auf der Testing-World auch diese Kuppel, die wir gebaut haben vor zwei Folgen. Habe ich jetzt auf die Höhe gemacht, wo wir hier sind. Dass ich im Prinzip das mit der Höhe auch vergleichen kann, ob wir auf dem richtigen Level sind oder ob wir halt absolut falsch irgendwas ausheben. Als ich offline war, wie ihr an meinem Level wahrscheinlich schon gesehen habt, habe ich neue Picken gemacht. Das sind die drei hier, direkt mit Behutsamkeit, wie ich gesagt habe, sind zwar nur drei. Und die Picken habe ich nicht repariert oder so. Da haben wir aber heute definitiv wieder genug zur Auswahl, was wir benutzen können, um das hier auszuheben. Ich habe letztes Mal, als ich ausgehoben habe, Endgame angefangen zu gucken. Avengers Endgame habe ich da angefangen. Und da freue ich mich heute weiter zu gucken, weil irgendwie, ihr müsst euch vorstellen. Und wofi. Mann, alles ist gut. Ihr müsst euch vorstellen, ich fange immer, währenddessen ich hier auszuhebe, gucke ich immer auf meinem zweiten Monitor. Übrigens nett, dass ich dich habe, oder? Ähm, gucke ich immer einen Film und dann gucke ich immer so rüber, hebe aus, gucke rüber, hebe aus. Übel geil. Und dann höre ich auf, aufzunehmen, beziehungsweise will offline gehen und den Film eigentlich weitergucken. Und schließe einfach alles und dann gucke ich den Film einfach nie weiter. Und immer wieder, wenn ich dann hier drin stehe, fällt mir ein, ah, ich habe ja den Film angefangen zu gucken, können wir ja mal weitergucken heute. So, was ich euch noch zeigen kann, ich habe auch die Schalkerkisten wieder geleert. Heißt, wir haben wieder ganz viel Platz in den Schalkerkisten, um alles zu verstauen. Wie gesagt, wir werden hier heute wieder ordentlich was an Blöcken rausholen, am Ende, denke ich. Aber mal sehen, ich hoffe wirklich, wir werden heute fertig. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit der Timelapse. Wir werden hier jetzt die Kugel hoffentlich beenden. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Und ja, ich wünsche euch. 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 So, Leute und damit willkommen zurück aus der Timelapse. Ich hoffe, euch hat die Timelapse gefallen. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Ich habe es geschafft. Nach über weiteren 5,5 Stunden, also wirklich 5,5 Stunden ausheben, ist es soweit. Und wir können die Kuppel begrüßen. Ich muss sagen, irgendwie sieht es auch so ein bisschen aus, als würde die Decke gleich einkrachen und ich hätte einfach nur random irgendwie Blöcke abgebaut, dass es irgendwie rund aussieht. Also guck mal, es sieht halt wirklich echt scheiße komisch aus. Ich denke, sobald wir hier Licht reinbringen, sobald wir hier was reinbauen, würde man da ordentlich Strukturen sehen. Vor allem, wenn wir das halt mit Strukturen machen, die dann in die Mitte verlaufen und wir verschiedene Blöcke benutzen. Dann wird es definitiv komplett anders und heftiger aussehen. Dann würde man auch die Rundung richtig sehen. Aber guck mal, wenn man jetzt raufguckt, man sieht gar nicht die Rundung so richtig, ne? Also wirklich, man denkt eigentlich, das ist ein Viereck, wo man so versucht hat, Kreise reinzubringen. Dabei ist es halt wirklich eine perfekte, also fast perfekte, nicht perfekte, aber fast perfekte Rundung, wo halt eigentlich jede Seite auch gleich ist, so. Aber sonst muss ich sagen, gefällt es mir schon echt gut. Zum Beispiel auch, wenn man von hier nach da hinten guckt, guck mal, man denkt einfach, dass da hinten wäre nicht wirklich eine Kuppel oder so, sondern einfach irgendwie, es sieht einfach sehr, sehr komisch aus, halt weil noch keine wirklichen, ähm, wie soll ich sagen, Lichtbetonungen drin sind. Ich sage es immer so, ich zeichne ja auch 4 und ich denke mal, daher kann ich da auch relativ gut mit dem Licht auch in Minecraft was machen. Ähm, ich sage es immer so, dass, dass das Licht einen Raum oder einen Charakter erst richtig zum Leben bringt. Wenn ihr etwas ausmalt oder etwas auch in Minecraft baut, wo kein Licht drin ist, wird es nie so wirken, als wenn du das Licht ordentlich integrierst und ordentlich benutzt und auch da benutzt, wo es eigentlich hin soll. Und wenn du das mit dem Licht drauf hast, was ich in Minecraft leider noch nicht so richtig beherrsche, dann kann eigentlich alles so übelst heftig aussehen, also wirklich Licht ist eine ganz, ganz riesige Sache in Minecraft. Ähm, wir haben übrigens perfekt 3 weitere Pikten geborgt, das waren genau die Behutsamkeitspikten, die wir gemacht haben, der Rest ist noch relativ ganz, die werde ich jetzt auch irgendwann in kommender Zeit halt reparieren. Außerdem sind hier wieder ein paar Schalker Chests geworden, aber nicht so viele. Das Hauptding, was halt immer das Problem war, es ist einfach ein riesiges Problem da oben, diese Kackblöcke abzuziehen. Also ohne Witz, diese Blöcke da immer abzuziehen, war so unfassbar anstrengend. Ich kann mir das schon heftig vorstellen, es muss halt innen eingerichtet werden und das ist glaube ich das A und O, was hier später die Wirkung ausmachen wird. Und dazu muss ich halt sagen, hier kommt ja dann auch noch die riesige Kuppel rauf, aber ich glaube das wird wirklich das, was wir zum kompletten Schluss bauen, also was wir komplett zum Schluss bauen. Was halt noch eine riesige Herausforderung wird ist, guck mal hier drin, du kannst hier drin nicht in Dimensionen bauen, wie du es bei einem normalen Haus oder so machen würdest. Ist hier Häuser bauen easy, Alter. Häuser richtig, also geile Häuser in normalen Dimensionen bauen ist kein Problem. Aber große Häuser, riesige Strukturen zu bauen, dass es gut aussieht mit nicht zu vielen Details, das ist dieses andere, dieses andere, ganz andere Problem, okay? Das wird nochmal eine Herausforderung für mich, weil ich habe auch im Untergrund noch nie irgendwie etwas so riesiges gebaut, wie ich es hier vorhabe. Weil du musst ja wirklich gucken, wir müssen mit riesigen Balken arbeiten, mit riesigen Deckenstrukturen. Wir müssen alles im Prinzip locker viermal so groß bauen, wie man es eigentlich bauen würde. Und das wird eine ganz schöne Herausforderung, vor allem hier in dem Raum, weil ich auch gar nicht weiß, Alter, wie soll ich denn hier die Balken setzen? Guck mal, man könnte, theoretisch müsste ein Balken so groß sein, dass er wirklich hier so alles umfasst, so groß muss ein Balken sein, so wie ich hier langlaufe. Und dann halt am besten noch relativ rund, dann kann man den hier hochziehen, in allen vier Ecken hochziehen einmal. Und was wir mit dem Rest den Raum machen, Leute, ich weiß es selbst noch nicht. Moin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier steckt heute wieder eine richtig kranke Menge an Arbeiterinnen, eine richtig kranke Menge an Kopfzerbrechen. Nach über drei Folgen haben wir es jetzt endlich. Beendet die Kuppel da hinten. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal in drei Tagen um 17 Uhr. Und schau, meine Freunde. Schau, meinите. Geist nicht at Lots, hant die Kanal. Seine nach vorne. Schau. Schau. Alles klar. gravellos. Wenn dir recht gut das Beste. Alles klar. Alles klar.